Guten Tag, ihr TÜV ist seit einem halben Jahr abgelaufen. Daran kann ich mich nicht erinnern. Früher habe ich meine Fehler immer zugegeben und musste dafür gerade stehen. Außerdem sind sie gerade über eine rote Ampel gefahren. Daran kann ich mich nicht erinnern. Heute passiert mir das nicht mehr. Ich scholze jetzt. Und wer ist der geknäbelte Mann in dem Kofferraum? Daran kann ich mich nicht erinnern. Na ja, wer kann sich schon alles merken. Dann gute Fahrt und schönen Abend noch. Danke. Gerne. Schusseliger Typ. Aber irgendwie nett. Ich guck mal an den Platz mit dem Kevin, so ist es gut. Norbert steht. Früher war es mir mal unangenehm, mit meiner peinlichen Familie gesehen zu werden. Heute kann ich damit umgehen. Oh, äh, Cousin Kevin, stellst du dich hinter Onkel Norbert? Und jetzt vier Schritte in die Richtung. Oh, Tante Saskia, du hast da was verloren. Ich scholze jetzt. Du hast nur noch 15 Sekunden. Äh, ja. Früher habe ich nicht gezögert und die Dinge sofort selbst in die Hand genommen. Ich mach's. Warte. Heute halte ich mich lieber zurück und lasse anderen den Vortritt. Der rote oder der blaue Draht? So mache ich nichts verkehrt und bleibe viel länger im Amt. Nimm den roten. Okay. Ich scholze jetzt. Eine Zuschauerin klickte hier, um mehr von extra3 zu sehen. Das Ergebnis verschlug ihr den Atem. Ein Zuschauer hat den extra3-Kanal abonniert. Bei Sendung 4 musste er weinen. Eine Zuschauerin aktivierte die Glocke, um nichts mehr von extra3 zu verpassen. Was dann geschah, veränderte ihr Leben. Was dann geschah, veränderte ihr Leben.